Was ist die eigentliche Verabredung zur Gründung des neuen Forums? Die ist Ostern 1989 getroffen worden und zwar auf dem Grundstück von Katja Habemann in Grünheide und zwar mit Katja Habemann, Bärbel Bolley und meiner Person. Und der Hintergrund für diese Gründung war das Erleben von uns, dass es unter dem Dach der evangelischen Kirche mit den doch sehr kleinen Gruppen zur damaligen Zeit nicht weiter voran ging. Und das hat uns veranlasst, untereinander abzusprechen für den September und dabei war das Wichtige, aus allen Teilen der DDR zur damaligen Zeit jeder zehn Personen einzuladen. Wichtig wohl bemerkt war dabei, insbesondere auch außerhalb Berlins, aus den Bezirksstätten der DDR, jeweils Leute zu bitten, an dieser Gründungsversammlung dann Anfang September in Grünheide teilzunehmen. In Grünheide selber haben sich dann 30 Leute getroffen, tatsächlich aus fast allen Bezirken, also aus 13 Bezirken hatten wir Leute zusammengebracht, von der Ostsee bis zum Erzgebirge. Und die zwei Tage in Grünheide haben wir dann an dem Wochenende gebraucht, um einen sogenannten Gründungsaufruf, Aufbruch 89, zu formulieren. Das hat natürlich, da die Leute sich untereinander nur zum Teil kannten, sehr lange gedauert. Und das lief dann letztendlich darauf hinaus, dass Jens Reich einen Aufruf aus der Tasche holte und ich holte einen Ausruf aus der Tasche und den haben wir dann zusammengeschnitten. Und Sie können dann sehr genau feststellen, die erste Hälfte stammt aus der Feder von Jens Reich und die zweite Hälfte stammt dann aus meiner Feder. Und diesen Aufruf haben wir dann veröffentlicht und das Ganze haben wir dann verbunden mit einer Strategie, die darauf abzielte, die öffentlichen Organe auch ein Stück vorzuführen, um damit dann Aufmerksamkeit auf diese Gründung zu lenken. Das heißt, ich habe dann vorgeschlagen, dass wir das Vereinigungsgesetz der DDR nutzen und in allen Bezirken und zwar in gewissen Abständen das neue Forum anmelden, weil natürlich von vornherein klar war, dass da die üblichen pavlovschen Reflexe dann ablaufen und sofort jeweils ein großer Aufschrei kommt, also das ist staatsfeindlich. Und so ist es dann auch tatsächlich gelaufen. Das heißt, es wurde dann in Berlin angemeldet, es wurde dann in Rostock angemeldet und jedes Mal kam dann natürlich also die empörte Antwort, also Staatsfeinde seid ihr ja und da gibt es natürlich keine Vereinigung, anzumelden. Dies führte dann wiederum dazu, dass wir dadurch die Aufmerksamkeit der in der alten Bundesrepublik ansässigen Medien natürlich auf uns gezogen haben und da wir ohnehin am Abend ein einig Volk von Brüdern waren seinerzeit, sprich alle DDR-Bürger haben natürlich das Westfernsehen gesehen, wurde natürlich dann auch sehr schnell innerhalb der DDR bekannt, dass diese Gründung stattgefunden hatte. Und wie gesagt, ein, zwei Wochen später war dann sozusagen die Zahl der sich dem neuen Forum zurechnenden Leute tatsächlich auch schon auf 200.000 gestiegen und wir haben dann gar nicht mehr weitergezählt. Also ich persönlich habe die Listen, die bei mir immer angekommen sind, dann sehr schnell in den Ofen gesteckt, schon allein deshalb, damit eben Dritte diese Listen nicht in die Hände bekamen. Aber wir haben dann gar nicht mehr weitergezählt, sodass diese Zahl, die da immer herumgeistert von 200.000, das ist dann sozusagen der Endstand der Zählung.